Die Sprache hat mir nicht gehört auf die Gastronomie. Nein. Wir haben gesagt, das wisst, als Pilzuzki, da unten vom Penel, ist als er gestorben, hat er gesagt, dass sein Harz lehnt die Mames Fies auf dem Bezellem Rossa. Und die Kopf, der Meach und alles, die Dinge, auf dem Aufgeben in Krakow, in Wawel, ist gewähnt, der Meluchische ist das Leweihe. Und alle Kinder von aller Schulen haben das Gemüse gehen. Und damals hatten wir gemacht, die Gassen, also so ein Gass. Ja, weil sie gewähnt, die Meluchische Delegation. Und damals haben wir gewusst, dass sie dort ein Litwischer gewählt haben, weil sie gewähnt Plakaten und sie haben geschrieben. Prätsch z Litwoi, Marsch nach Kovna. Ist das verstanden? In 1935 verstanden. In 1935. Ja, in 1935. Wenn er gewähnt, wenn er gestorben ist. Ja, ja, ja. Wie jetzt gewähnt haben wir das Marsch hier nach Kovna. Sie sagten, 38 Kilometer von Wilne ist ein gewähnt der Grenzwitsmitgliede. Aber ich sag noch einmal, und da habe ich kein Wohne gehört, kein Wohne in die litwische Wohne. Und das ist die Hauptsache, was hier gedingt. Ich habe gehört, ich habe gebraucht, wegen den Gassen. Und jeder Gasse hat ein Kläuse, die jeder oder zwei Kläuse. Kläuse gewähnt Apule. Und die Rabeu nehmen und alles. Und sie gewähnt Futtermannschaften. Pfleger gehen zu sich spielen. Und sie kommen zu uns. Pfleger wissen, wo leben die in welchen Regionen. Nur, fragt noch, was geht da? Ich will mir vorhin in Rudnitzgergay sehen, wo ihr seid geboren. Gut. Nummer zwei. Die Häuser oder weiter? Aber die Häuser fahren mit Hohme Dicke? Nein. Ja, aber sie haben übrige gemacht. Und da bin ich geboren geworden. Da? In dem Hecht. Da darfst ihr stehen neben dem Bingen. Wir sollen sehen. Wir können reingehen in den Hecht. In Zeit von Hohme. Ich bin in dem Hecht. Eine gefallene Bombe. Und es ist gar nicht geblieben. Einige kamen nach dem Front. In dem Keller. In den Altsdorf gegrübt und mit jüdischem Gold gesucht. Und hier haben wir gewöhnt. Hier haben wir gewöhnt. Hier haben wir gewöhnt. Hier haben wir gewöhnt. Mein Säde. Bobbe. Und ich, auf den Hef ziehe oder ziehe zum Gas? Und da, auf der zweiten Etage, gewinnen unsere Tiere. Zum Hef oder zum Gas das Fenster? Zum Gas. Zum Gas. Und Sie gewinnen der Hefe noch da? Der Hefe auch dort in Griechen. Lass uns sehen, was für eine Hefe wir gehen noch rein, in die Nähe. Und wir rüber gehen da und da sind nicht mehr schälen und da gewinnen. Ja. Ich sage mit der Mauer. Lass uns nicht reden, bis wir mit den Teier stehen. Der Teier. Oder ich gewinnen der... Ich will das Regen und jetzt so. Schreibt Meiler, wo ist der Meer jetzt? Jetzt ist er auf dem Kiewski Gas. Das ist der Mauer, der Mauer. Ich gewinnen, der Nummer 6. Und da habe ich gelebt, zusammen mit meinem Seidebobel. Und da bin ich geboren geworden. Im 23. Jahr und am 28. Juni. Mit wem habt ihr gelebt? Wie habt ihr geheißen? Tate Mama Bobi Seidebobel. Mein Bobo hat geheißen Chaie und mein Seidebobel. Gewein Wittele. Ich habe mich gerufen Wittele. Aber er gehewein Avigdar. Wittele. Ich habe mich gerufen Wittele. Wittele. Weil ich habe sie ihre Holyheit. Und nicht meine Holyheit. Das war die Meier. Und dort ist es, was ich habe. Und dort, auf dem Meer, auf dem Meer. Ich habe mich gerufen und die Kinder über den Meer. Und dort habe ich einen Tartag. Und das ist durch die nächste Jahre, bis sieben, acht Jahre, dann haben wir schon gelebt zusammen mit den Mamen, mit den Taten. Jetzt, wenn wir zugehen, entgegen, wo sie mich mehr schreien, wo sie die Klöße haben, die Klöße. Was gedenkt ihr noch von Heif, wo sie so sehen wie ein Mohl, dort in seinem Vater eine ältere Binyone? Hat es ihr gedenkt, die Binyone von dir, was man hat nicht übergemacht, wo sie keine Frankenbombe hat? Und das ist die alte Binyone, aber mit ein bisschen leer, ausgeputscht. Aber dort, dort, dort nochmals gelebt, ihr gedenkt, dort gewöhnt der Heif, wo es sich weiß. Und man sollt sagen, weiß Heif. Das gedenkt. Und da muss er gewöhnt, er hat sie abjagt, oder? Nein. Aber die Wand gewöhnt. Die Wand gewöhnt. Und wir fliegen da, da kriechen... Die Wand? Was ist er gewöhnt? Jene, seit wann? A Tartak. Weißt du, was ist A Tartak? Was für ein Tartak? Erzähl doch ein bisschen. Da ist ein, da hat er gewöhnt, wo sie die Bretter sind. Und das ist er gewöhnt. Und da, wo wir stehen, heute da am Theater zusammen, da hat gelebt der Storch. Der Storch ist genau das gelebt, wo? Ja, 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 doch. Wo hast du das zusammen gelebt? Ja, ja, ja. Und die Balkone, also wir gewöhnen einmal die Balkone? Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Bauch. Ja, fünf Jahre. Und dann noch, und dann noch, und die Mama mit den Taten gelebt in einem anderen Ort, mit dem Dorf, zuvor, weil er dort ist, gleich ein bisschen durchging in der Realgymnasie. Ja, wir haben gut angehoben mit den fristen Jungen. Und wie ist es gewesen auf Jüdisch? Kiewer, Kiewske, wie ihr seht? Kiewske. Kiewske. Und auf Pälisch? Kijowska. Und auf Jüdisch Kiewske. Und Kiewske ist auch ein Chopin-Gas. Ja. Er ruft sie zu, Chopin geht da in den Voksal. Ja. Ihr wollt noch ein bisschen zu machen? Nein, ich denke, als da, als da haben wir nur Jüden gelebt. Und da, was ich gehört, die jüdische Sprache. Und mit Drogen, die die Zeitung gehen, ist es jüdische Zeitung, mit Schreien, ist es dem Nomen von Zeitung. Er gelebt dort von 1923 bis ungefähr wenn? Bis, bis am 30. Ja. Ja. Vielen Dank. David, David, David. Und da, und da, die Durchgangs, hier, die Fenster von uns, unser Kirch. Ja. Danke. Ich bin ein sehr schlechter Fotografer, also ich habe einen guten Patent gefunden. Und ich mache zehn, so ein Ding gut. Das ist einfach, man hat so einen Film, das macht dann kaputt. Und jene waren sie toll aus Gorenalpen, nicht? Ja, die waren schon schon hundert Jahre alt. Mir hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Als ich erwähnt, im 19. Jahrhundert, noch war Nikolaj, hat mir ein Gesetz gegen Strafis gemacht. Zwischen einer Hälfte und der anderen muss einer Savant das Träume der Strafis auch nicht verspreiten. Dort waren die Bretter, dort waren ungefähr als Kinsenauer Pashar. Aber ich weiß nicht, komm, komm zu mir. Ja. David. David. Da siehst du, wie sie gehen nach uns. Ja? Ja. Also wie Treppe. Ja. Und das ich bin bis unten. Und wir, die Kinder, von dem her, von unserer her, von anderen, fliegen wir heute dort. Kriechen. Ich bin noch Kinder, sechs oder sieben Jahre, fliegen wir heute dort und reingehen in Tartag. Aber das ist halt dabei. Aber nicht genämmend zu treppen, Poshit. Nein. Oder sieben fliegen wir auf die Ziegel. Aber nicht gefällt. Nein. Oder da, oder nein. Nun, wir kommen. Nein. Bis hier, bis hier, sie lesen. Ihr lebt die schönste Mädel dort. Die Familie, die schönste Mädel, hat gelebt auf Steffengas. Ja, auf Steffengas. Na, John. Steffenska. Klein Steffengas oder Groß Steffengas? Auf Groß Steffengas. Auf Groß Steffengas. Ihr kennt doch alles. Ich klappe. Wo wird die Wände geflogen? Weich, weich. Wo wird die Wände geflogen? Unter dem Möar? Hier die Wände geflogen. Oder. Oder hier ist die Wände geflogen. Wenn ihr geflogen habt. Aber wo er geflogen habt? Der Hunde rote Rangang? Ich bin hier, hier. Ich bin hier. Ich bin hier, aber es war nicht schwer. Ja. Das ist aber schwer. Hier ist es ein Breitereingang und die erste Ortage, ich bin eine Aptek. Wo hast du gewonnen mit Scherres Heiling? Was ist das? Das ist ein Spital? Das war ein Spital. Das war ein Spital. Weltobrode. A jedische Spital. Me Schmeres Heiling. Heile, nicht Heile. AchDu die Krank. Aber mit Gerettem berührt man sagen, Me Schmeres Heiling. Vorho Always Ten Food suisse. Warum hast du doch gedacht, dễ cervell? Ich bin nicht gelegen, ich seresigan. Kommt du weiter, da. Aha, und da haben wir gemachten Aläwe, und da haben wir gemachten Aläwe, Aläwe. Du weißt, was Aläwe ist, ja? Ja, da ist Aläwe. Ja, das ist von Zement, von Zement, ja? Von Zement, ja. Und wir haben mit dem Finger geschrieben, M, Mälach Stalinisch. Noch mal haben wir gefunden, aber noch haben wir gelegt, dass es nicht blit ist. Aber wir sind unter sie. Da wird ja bald weiß, wo der Reingang gewinnt, in der Schule. Aber da? Da? Ja. Da, 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 da. Da gewinnt der Reingang, wir knappen durch in 1,10 Meter. Und danach auf links, ich gewinnt die Kläuse. Dann zählt ein bisschen, was war die Kläuse? Das, ich gewinnt nicht, nicht und grüße Kläuse, weil das, ich gewinnt die, äh, die, äh, die haben da gelebt. In dem, in dem, in dem, in dem, in dem, in dem, in dem. Und die, was, nur allemal gewinnt Armenien, und alle Jontäen, und da hab ich bei mir gewinnt, mein Barnizwe, in die Kläuse. Und der Seida, Vitale. Vitale, ich gewinnt Agabe. Ich gewinnt Agabe, ja. Agabe. Was für einen Pflegen dort damals? Was ist gewinnt der Meloche? Was ist gewinnt der? Was ist gewinnt damals in Peinland, gehandelt. Aha, ja, ja, Händler von Gegend. Ja. Aber was für ein Händler, was noch? Wer, wer, wer hat, wer hat eine Kräume und wer, ich sag, äh, äh, wie sagt man das? Wer, 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 ich sag, äh, ich sag, äh, gewinn, äh, äh, ich sag, äh. Hä, Hä? Ein Handwerker? Ja, wo? Pfuh. Ha, Handwerker, ja. Und, und das haben sie da alle gelebt und sie flingt da, kommen da abne. Weil er, da nicht weit, gewinnt noch am Ha-Stuhl. Vielen Dank.